Hallo und willkommen zurück zu BEYOND. So jetzt kommt heute ein Bonus Part und ihr habt ja wohl nicht gedacht, dass BEYOND jetzt schon vorbei ist. Weil heute, wie schon gesagt, kommt ein Bonus Part. Dafür erstmal hier unter die extra Inhalte. Wenn ich halt die Bestes von BEYOND gekauft habe, dann könnt ihr das Bonus Level hier machen. Da unten ist das Level und da können wir kurz mal die Bonus Inhalte gucken, bevor wir in das Level an sich rangehen. Ja genau, da können wir hier ein paar Bilder davon sehen. Ja, sehr schön. Gut, das ganze hier kann man wie das Spiel auf Freist halten. Weiter runter. Jo, und hier kann man ein paar Drehers finden oder ein paar Bilder. Gut, dann wollen wir aber jetzt mal den Bonus Partner starten. Halt die extra von BEYOND. Auf das Experiment. Okay, Holmes. Schluss mitspielen. Wir machen diese Übung hier um zu sehen, ob du und Eid im Stande seid, im Einsatz Probleme zu lösen. Dein Ziel ist simpel. Arbeite dich mit Eid gemeinsam durch den Kurs und finde den Weg raus. Du musst clever sein und unter Druck gelassen bleiben. Die DPA-Oberbosse haben diese Trainingsanlage speziell für dich und Eid gebaut. Also enttäusche sie nicht. Ich bin im Kontrollraum und überwache dich dabei. Viel Glück, Recruit Homes. Zeig's ihm, Geordi. Mach dein Ding. So, das ganze hier geht 30 Minuten halt auf Zeit. Und für das Vollkreis abzuschließen müssen wir uns beeilen. Und zwar richtig schnell, teilweise. Das brauchen wir auf jeden Fall Eid, damit ich keine Zeit verliere. Na, komm. Okay, hier können wir so durch. Okay. Ja, aber ich habe jetzt schon viel zu viel Zeit verloren. Aber egal, das packen wir jetzt so. So, schneller. Hier müssen wir die Schlötze kaputt machen. So, komm. Schneller. Das ganze geht auf Zeit. Hm, die blöde Schlötze sind immer am Weg. So, dann können wir das hier aufmachen. So, komm. Ich stehe runter. Komm schnell durch. So, hier, wie ihr seht, ist alles dunkel. Okay, aber hier können wir Licht anmachen. Und Tiersau. Okay. Sehr gut. So, das hieß da. Okay. Okay. Sehr gut. Gut, ich mach mir erst mal das in die Mitte. Wäre, glaub ich, hier außen. Dann können wir das Feuer langsam ausmachen. Ja, das wäre richtig. Ja, das wäre richtig. Kommst du so, die... So. Hier nochmal auch dasselbe. Okay, die Linie geht hier hin. Gut, das erste hätte ich mir gepackt. So. Geht hier hin. Okay, das letzte jetzt. Das wäre in die Mitte. So, komm, weiter geht's. Okay, komm, weiter. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. So, auf jeden Fall jetzt hinter der Türe. Dann können wir den Weg hier aufmachen. Okay, da oben. Sehr gut. Gut, wir sind da oben. Gut, wir sind da oben. So. Okay. Gut, das ist jetzt nochmal gepackt. Gut, dann müssen wir hier hin. So. Gut, ihr müsst mir hier das aktivieren. Dann ziehe ich das Ding ganz schön da oben. So. Okay. Da vorne ist es halt da. Da müssen wir hin. So, dann eine müssen wir in die Rette legen. So. Okay. Okay, da. Sehr gut. Dann geht das Ding nach oben. Verdammt, aber so falsch. Er ist wieder nach runter. Okay. Gut, dann wieder nach oben. Okay. Das Ganze ist ein Rätsel. Also müssen wir auch alles richtig machen. Jetzt kann ich so wieder loslassen. Sehr gut. Dann kommen wir da auch weiter. weiter. Gut, ich stelle hier auf die Plattform. Und. Gut, die Leiter runter. Gut, dann machen wir es nochmal. Gut, dann machen wir es nochmal. Auf. Und komm. Open dir. Gut, wir haben so fast gepackt. Gut, wir sind aber immer noch beide. Komm, Dodi. Na komm. So, schnell rauf. Gut. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, rühren mit das Ding. Okay. Rauf stelle. Und das Ding wird zurück. Okay. So, das Ding nach vorne. Gut, dann müssen wir ganz schnell uns da hinter uns heranhängen. Und das ist ganz schnell. So, aber hoffentlich packen wir es nur nach dem Salz. Gut, das Ganze war nicht ganz so gut gelaufen. Und es fehlt da eine Plattform. Sehr gut. So, jetzt eine Aube. Gut. Okay, läuft es nochmal ziemlich gut. Und jetzt. Okay, da ist der Ausgang. Auf jeden Fall da vorne bist du wirklich was. Und ja. Sehr gut. Gut, komm, geh. Schneller. Gut, aber alle müssen mal. Ja, ist doch Schleiß gepackt. Gut. Gut, drüber wäre wir. So. Ich schnell mal alle da hinfliege. Hm. So. So. Okay, dann noch rüber. Bevor ich sonst was halte, dann müssen wir achten hier, dass die Plattform hier nach oben geht. Okay. Dann da rüber. Mit dir. So, das halten wir hier. Sehr gut. So, mir habe es fast gepackt. Und Tami ist gepackt. Ja. Wow. Ich bin sprachlos, Jodie. Ich weiß, was du kannst. Aber das? Du bist da einfach so durchmarschiert. Fürs nächste Mal brauchen wir was, das ein bisschen... schwerer ist. Sehr gut, Jodie. Du auch einen. Hast dich selbst übertroffen, Kumpel. Hm. Ich würde mal zeigen, dass wir jetzt noch einmal mit dem Spiel zu machen. Sehr gut. Das Experiment hätte mir erfolgreich bestanden. Okay. Das war es mit Beyond. Das Projekt ist jetzt komplett vorbei. Und die nächsten Parts kommen jetzt mit The Last of Us und ein paar Wii U Spiele, wie Shadow zum Beispiel. Mal gucken, was als nächstes Projekt starten wird. Es wird bald vielleicht Heavy Vans starten, aber mal gucken, wann das starten wird. Okay, hier sage ich nochmal so und haut rein. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.